Dynamik und Sportlichkeit. Diese Attribute vermittelt das Enya Coupé iV bereits auf den ersten Blick. Die Silhouette des Coupés addiert zu seinen ausgewogenen Proportionen eine individuelle, besonders sportliche und kraftvolle Note. Von vorne tragen die scharf geschnittenen Matrix LED Hauptscheinwerfer zu diesem Eindruck bei. Sie sehen nicht nur gut aus, sondern passen auch die Fahrbahnausleuchtung an Verkehr, Wetter und Geschwindigkeit an. Dafür sorgen 24 individuell gesteuerte LEDs. Die Matrix-Technologie erlaubt es, bei eingeschaltetem Fernlicht entgegenkommende Fahrzeuge auszublenden und dennoch ein Maximum an Ausleuchtung zu erzielen. Das Abbiegelicht leuchtet in der Stadt und in Kurven die Umgebung besonders gut aus. Und all das schafft Sicherheit in jeder Fahrsituation. Sportliche Akzente beim Frontdesign vermitteln einen starken Auftritt. Und noch einzigartiger wird dieser Eindruck mit dem Crystal Face. 131 LEDs integrieren sich in das Design der Front, bilden eine gestalterische Einheit und machen den Enyaq noch einmal individueller. Seine Linienführung ist athletisch und betont die Sportlichkeit der Coupésilhouette. Und gleichzeitig unterstützt der niedrige CW-Wert von 0,234 seine Ökonomie und damit die Reichweite. Der geschlossene Unterboden und die aerodynamisch geformten Leichtmetallräder tragen dazu bei und vereinen so Design, Dynamik und Ökonomie zu einem attraktiven Gesamtpaket. Beim Blick auf die Seitenlinie fallen sofort die kurzen Überhänge ins Auge. Sie lassen schon erahnen, wie viel Platz er im Inneren bietet. Das Enyaq Coupé iV besitzt einen langen Radstand und bietet dadurch viel Platz im Innenraum. So ist ein sportliches Fahrgefühl immer mit an Bord. Trotz seines komfortablen Platzangebotes besitzen die heckgetriebenen Modelle mit bis zu 9,3 Metern den Spurkreis eines Kleinwagens. Die in Wagenfarbe lackierten Seitenschweller setzen im unteren Bereich zusätzliche sportliche Akzente. Oben ergänzt das schwarze Panoramaglasdach die dynamische Linie und bietet von innen einen unvergleichlichen Blick in den Himmel. Der über die gesamte Heckpartie laufende rote Reflektor dient nicht nur als Design-Element, sondern erhöht auch die Sicherheit im Straßenverkehr. Breite Kotflügel, die ab der B-Säule abfallende Dachlinie und das mit einer scharfen Abrisskante gestaltete Heck runden den eigenständigen Auftritt des Enyaq Coupé iV ab. Eine beeindruckende Performance bietet das Enyaq Coupé iV als RS-Modell. Mit dem vom Start weg verfügbaren 460 Newtonmeter Drehmoment beschleunigt er in 6,5 Sekunden auf 100 kmh. Mit Allradantrieb sind Sicherheit und Fahrdynamik immer mit an Bord. Die markentypisch in C-Form gestaltete Leuchtgrafik begrüßt sie auf Wunsch ganz individuell mit der Coming-Home-Funktion. Die elektronisch entriegelbare Anhängerzugvorrichtung bietet eine maximale Stützlast von 75 kg und eine maximale gebremste Anhängelast von 1200 kg für die Versionen mit Heckantrieb bzw. 1400 kg gebremste Anhängelast für die Allradgetriebenen Modelle. Das Skoda Enyaq Coupé iV. Viele clevere Argumente und noch mehr Fahrspaß. Wie gut er aussieht, wie dynamisch er sich fährt und wie clever man elektrisch mit ihm unterwegs sein kann, lässt sich mit einem Video natürlich nicht zeigen. Das geht nur bei einer ausgedehnten Probefahrt. Erfahren Sie das Skoda Enyaq Coupé iV live bei Ihrem Skoda-Partner.